Ladungsabholung läuft Ich geb auch was ab Was ist jetzt? Alle verkackt oder alle verkackt Weil ich hier gezündet hab Boah das war close Haha Santa Claus raus Warum wird das hier angezeigt wenn hier eh nix ist? Oh doch zwei Bedrohungen Da 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 Spieler 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 Wo? Ja Lauf 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 Wer ist denn? Hier ist noch einer Ist noch einer Da hinter euch Hallo Hab ihn Danke Ist er etwas Blaus gehabt? Hier ist noch einer Hier ist noch einer Wo? Hier links 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 Wo? Hier kommt den Homo Ich hab die Geschwindigkeit reingebottet Boah der ist fast tot Ich hab die 1-3 bei Schuss getroffen Alter Geht nach oben Ah ok das war's Jo Jo übertreib Alter Hast du's eingerammelt? Ja ja Ähm Das ist nicht für je Wir müssen irgendwo hin Irgendwo hoch Die nächsten töten Ich weiß wo die Sniperposition ist Ja aber wir werden da eh angezeigt Rede uns Warte komm 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 Warum töten wir die nicht einfach? Der ist was tot Der ist was tot Lauf kommt mit Wir holen die Kommt mit Kommt mit Der ist an der Kante Der ist an der Kante Lauf 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 Kommt mit Kommt mit Ich hab noch einer Hab ihn Scheiße Noch einer Nächste oder was? Fuck Leute Ey wir haben Rang 5 Ey jetzt müssen wir aber weg Ey lass mal jetzt Wir müssen irgendwo nicht hoch Wir müssen irgendwo hoch Wir müssen irgendwo hochkommen Wir müssen irgendwo hochkommen Pass auf Granate Ey bleibt zusammen Headshot Headshot Der hat nicht mehr Nice Ich hab jetzt runtergefallen Ne noch nicht Kommt noch einer Kommt noch einer Noch einer Oho Ja Die spawnen da jetzt alle Wir müssen hier weg Ja weg Komplett weg hier Kommt mit Ja lass den Scheiß Außerdem haben die keine Beute Wir brauchen irgendwelche mit Beute Komplett weg von den Eingängen Lass mal ganz mittig Wenn wir den Eingängen wegkriegen Dann kriegen wir richtig Punkte Ja deshalb lass mal ganz mittig hinlaufen Vor links 2 3 Kommt da weg Kommt da weg Ey Minen weg da Ey lass weg Laufs einfach jetzt weg Jetzt kommt Digga ihr müsst hier noch helfen Weg Das ist der Schlüssel weg Nice Ihr braucht Gold Wir müssen ganz Mitte Mitte Weiter 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 An den Gegnern hier vorbei Anni bis heute Ich bin vor euch Wir müssen jetzt auf diese Sniperposition hoch irgendwo Ich hab Alles andere hat keinen Sinn Lauf 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 Wir müssen irgendwo nicht in Linie laufen Habe ich schon gezündet Habe ich auch Äh 4 Minuten Warte jetzt Ich weiß wo wir sind So jetzt hätten wir einfach dranbleiben Weil wir dranbleiben Jetzt Wir können hier wegkommen Einfach dranbleiben Wir laufen grad wieder zurück Na ja ist alles gut Einfach dranbleiben Das ist noch ein Abtrünniger vorne Weißt du auf Einfach weiter gehen Weiter 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 Bleibt dann wieder dran Oh Mann Wie lang das noch dauert Alter Hier 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 Mark wurde eingeschossen Kommt hoch Kommt hoch Kommt hoch Kommt hoch Wie lang dauert das Wie lang dauert das Wie lang dauert das Wie lang dauert das Kommt da hoch Alter schossen Kommt da hoch Das ist nicht dein Ernst Wie geil ist das Kommt Kommt die hier irgendwo hin Kommt von da hinten Ey der kommt von hinten Doch von hinten Können die auch hochkommen Gegenüber Gegenüber Um zu klettern Das ist noch Hier ist einer Wenn der da hochkommt Schießt ihn direkt in die Fresse Einfach so weg da gegen Der wurde wiederbelebt Scheiße Wir haben neue Konzentration jetzt Wir hätten Ach du Scheiße Problem ist dass ich nicht mehr viel Munition habe Alter Wie ist das geil Ich habe auch keine dritte und vierte von mir dabei Alles verkauft Ey Scheiße Der ist auch Ich halte hier hinten Ich halte das hier hinten dicht Wenn die alle hochkommen will Wenn die alle hochkommen will Ja ja die können dann unten wiederbelebt werden Ja ich hab hier mein Ich hab hier mein Plus irgendeinen Perk Irgendeinen praktischen Drei Minuten noch Überlebe die Menschenjagd Drei Minuten Drei Minuten Ja ja das ist gut Die können eigentlich theoretisch gegenüber hochklettern Ja ich kann nicht Die können nur noch hier hinten hoch bei mir Ups Aber hier stehe ich Alles gut Ey ohne Scheiß Das müssen wir uns merken hier Das ist genau Ja die Die Sniper Fusi haben sie mich beim Dings des Kors genommen Bei 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 Da kommen welche Etwas blaues Hahahaha Ey gegenüber 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 ist einer Gegenüber ist einer Undi du musst auch passen Du musst genau schießen wenn der kommt da Siehst du den Der ist abtrünnig Den können wir ja so töten Das war Das ist so Ich hab ihn getötet Ich hab ihn Bleib mal hier Wir müssen die zwei Minuten runterkriegen Ok Der holt sich jetzt das Linie Der Wichser Ich hol das jetzt ja Ach hinter uns können die auch hoch oder Samson Ja ich bin hier und fight mit einem Aber Andi kannst du bitte mit mir hier drauf zielen Es reiht meine Schüsse reichen nicht aus Du hast nur eine größere Schadze Ok Ich bin da Alter Alt F10 Mal abspeichern die Scheiße Über die Arschlöcher Ey die kommen Die kommen glaub hier wieder Jungs Überlegen das Leute Victor bleibt mal da oben So ein Ey ich versuch von gegenüber Mit den Minen hier reinzuschließen Pass auf Ey warte ich Ich hätte einen anderen Ey hier ist einer hoch Jungs Hilfe Jungs Hilfe Der Torx Der Torx Komm jetzt Ja ich komm Hier 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 Pass auf hier Pass auf hier Press F Press F Press F Press F Es gibt Einen 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 Kommen 30 Sekunden noch Ehh, darf man ja sonst nichts killen, Leute. Killt mal ganz aus euer Leib, ohne da reinzulocken. Ey, bei mir sind 155 Sekunden noch mal. Was, wie viel? Bei mir 3, warum? Ich hab 1513 Dark Zone, wer nicht? Ich hab 8 Sekunden. Ich hab 1127. Er kommt einer hoch hier bei mir. Er kommt einer hoch. Ich hab so Geräusche gehört. Ich bin auch wieder ready. Wer ist Viktor, wer ist das? Viktor ist hier noch von uns. Achso. Der hat... Guck mal wer das sitzt. Schmeiß die raus, ist der Gruppe. Und tötet ihn. Oh fuck. Gegenüber sind noch ein paar Gegner auf dem Dach. Die können uns hier abschießen. Ich muss auch nicht abkönnen. Ne, ich mein die normalen Gegner. Aber echt nicht mehr für Schuss. Oh, die haben einen Schaden, weg hier. Weg, weg, weg. Granate. Oh, eigentlich müssen wir in der Granate stehen, oder? Das ist doch von einem Gegner. Von einem Mate. Der Viktor ist abtrünnig. Noch in eineinhalb Minuten. Bleib mal mit, ich will gucken. Aber wenn du angeschossen wirst... Wie ist das? Weck das so, Alter. Alter, ich hab so einen aus meiner Linie im Körper. Das war so lustig grad, aber es hat gar nichts gebracht. Naja, nicht viel irgendwie. Aber ich hab trotzdem eine lilane Maske von dem einen abgezogen. Ja, ich hab nichts gekriegt. Ja, aber sind die alle gestorben hier oben? Ja, oder? Können nicht direkt auf den schießen. Ich bleib hier, ne? Oh nein, nein! Komm weg da, komm weg da, komm weg da. Wir passen auf, dass du nicht hier bist. Bleib einfach mal in der Ecke, bitte. Der kommt hier, der steht hier, der steht hier. Der hat Angst, der hat Angst, der hat Angst. Ja, der ist noch einer. Das sind mehrere. Wir müssen uns nur anschießen. Du musst dich dahinter stellen, weil wir stellen uns vor dich. Und wenn ich dich anschießen... Komm mal her, Volk. Volk, wir machen Bodyguard und lassen uns da. Ja, ja. Pass auf. Kann der da nicht hoch, wenn man davor steht? Ey, du bist von hinten angeschossen, weg der. Ja, wir müssen ja schießen, komm. Ey, einer kommt hier hoch, hier hoch, hier hoch. Ahaha, der kommt runter. Okay, komm mit. Hier kommt einer hoch, hier kommt einer hoch. Victor, stell dich einfach... Ja, wie denn? Ah, der kommt jetzt, der kommt jetzt. Ja, der wirft Granaten! Oh, jetzt... Ja, abdröh nicht! Ich hab mich extra töten lassen. Ich hab mich extra töten lassen, anschießen. Ich hab keine Munition mehr, das ist... Ey, der hat so einen Lack, ne? Man sieht mal, was ich mit dem Zunge habe. Granate. Fuck! Wo ist der? Wo ist denn der Abtrünniger? Der ist runter! Warte, weiter oben, weiter oben! Lauf, 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 lauf! Wo, 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 wo? Laub, def! Ah! Der hat mich eingeschossen! Der hat mich eingeschossen! Victor, nicht runter, nicht runter! Victor, weg hier! Pass auf, hier! Hier, vorkommt der Abtrünnig! Gehen Deckung, gehen Deckung. Den nicht heilen, den nicht heilen, ich bin gut. Was machen wir hier für ein Scheiß, Alter? Bopis, 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 Bopis. Wo bist du? Oh, der klittert auch rüber. Ja, jetzt. Alter, ist das geil, ey, abdröhnen. Alter, ich hab halt keine Moni. Ey, das ist das Geld, was es gibt, ey, wir haben jetzt...